Folge deinem Herzen. Im März bei Vox. Es lässt dich das Besondere entdecken. Wie geil kann denn bitte diese Welt sein? Sehr, sehr geiles Essen. Und es stinkt deine Sehnsucht. Ich krieg' richtige Schweiß aus. Der Koffer entscheidet ja über den ganzen Urlaub. Wie viel Budget haben wir zur Verfügung? Was können wir machen? Ja, du siehst einmal die ganze Welt. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Die ruhigsten Helden der Welt so in der Art. Sag Tschüss. Dein Herz zeigt dir, wer du bist. Mein Herz ist vor. Ich hab dort meine zweite Hälfte gefunden. Es lässt dich staunen. Ich kann losgehen. Hoi. Es lässt dich lachen. Und flüstert dir zu. Trau dich. Mein erstes Splendate mit fast 50. Also ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Wird schon beim ersten Abend auch knutschen, wenn es passt. Gib jetzt mal den perfekten Kuss. Ja, wenn es passt, wär's schön. Ich hate the way you pick me up and knock me down. Light me up and shut me, left me on the ground. I hurt that someone else is buried in your arm. Manchmal muss man Bilder sprechen lassen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Hör auf dein Herz. Cause you love me with a concrete heart. Im März bei VOX. 6. 7.